Wir starten den heutigen Part Dragon Quest 9 genauso wie den letzten im Prinzip und zwar bin ich hier wieder in einer Grotte drin und ich hab hier vorhin, ja, neue Monster gefunden und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und deswegen zeige ich die direkt mal hier, ein Boa-Bischof, das ist ja, äh, 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 Bischof, sorry, das ist ja ein spannender Name und, ähm, ja, auch ein ganz interessanter Gegner auf jeden Fall, der kann es einmal angreifen und cool. Sieht aus wie das, wie das wir schon kämmen, aber halt nochmal ein bisschen stärker und bunter und demnach auch hässlicher, finde ich, also halt wirklich, das ist echt nicht schön, das ist, das sieht aus, als hätte irgendwie ein Regenbogen auf den gekotzt oder so, keine Ahnung, also, nicht so schön, auf jeden Fall, gut, ähm, dann gucken wir mal ein bisschen weiter hier, äh, da ist auch direkt schon die Treppe, aber ich hab hier auf der Ebene noch ein paar, Monster gefunden vorhin, die neu waren und die würde ich halt auch ganz, ganz zeigen, auch als nervt der Boa-Bischof hier die ganze Zeit, geh doch einfach weiter, dich von Regenbogen bekotzen lassen oder so, okay, was? Ja, die anderen Fächer sterben durch einen Boom, aber das Ding nicht scheinbar uncool. Hm, das dauert ein bisschen, nie, die Wegzug machen. Hallo? Angsthaft jetzt? Oh, ich dachte jetzt, Benni, äh, Kelf macht den vielleicht tot, dann kann Benni ja, ja, den, den zweiten umbringen, aber nein, natürlich nicht. Oh, ist das anstrengend. Das ist, das ist, glaube ich, schlafen, oder? Genau. Das ist mir im Prinzip egal, weil, hä? Ist halt nicht unbedingt schlimm, sag ich mal. Macht eh kaum Schaden und naja. Sehr schön, jetzt sind wir weggehauen. Oh boy, ey. Okay, okay, also ich, denk mal, die Gegner kommen auch in den anderen Ebenen vor, aber habt ihr halt vorhin hier gefunden. Das war, nee, ich will auch nicht sagen, was das war. Hätte ich die einfach, dich kennen wir schon, hätte ich die einfach bekämpft. Die, die zum Beispiel, die komische Spinner. Ich mach erstmal ganz kurz mehr Heilung auf dich. Ey, bleib doch hier und nicht davon bewegen. Komm her. Ich muss dich zeigen. Im Kampf. Eine Robo-Spinne. Warum aber du eine Robo-Spinne bist, aber scheinbar bist du eine Robo-Spinne. Ist halt... Ui, du musst dir nicht mehr komisch haben. Ist halt der... Du kannst doch Stärkung. Toll. Ist halt der eine Boss-Gegner, bloß... Robo-mäßig. Fünf. Okay, der Sting scheint eine ultrahohe Verteidigung zu haben. Und dazu kommt jetzt noch die Stärkung. Das ist echt nicht so geil, weißt du das eigentlich? Deswegen haben wir dich damals... Ich hab auch vorhin hier noch einen neuen Gegner gesehen. Ich hoffe mal, der zeigt sich... Sehr gut. Ich hoffe, der zeigt sich hier auch gleich. Ansonsten ist es alles ein bisschen doof. Wir haben den zweiten auch Stufe 99. Oh Gott. Ja, es wäre halt vielleicht ganz klug jetzt mal... Ähm... Eine andere Berufung oder so zu nehmen. Oder halt den Beruf neu zu starten. Ich weiß, aber... Im Prinzip... Ich weiß nicht. Ich will halt eh nicht das letzte Pläne auch so sein. Die Länge ziehen. Ich will nur noch die ganzen Grottenbusse zeigen, die mir eben noch fehlen. Und mehr will ich auch gar nicht mehr machen. Und deswegen... Im Prinzip lohnt sich das halt nicht, weil ich dann wieder voll viel leveln muss. Für ein paar Parts eben noch. Und deswegen... Okay, komm, wir gehen jetzt einfach mal in die nächste Ebene, weil da werden die... Oh, da wird er hoffentlich auch noch vorkommen, den ich vorher noch gesehen habe. Deswegen hoffe ich mal, der zeigt sich jetzt hier. Och, wieso? Ich bin doch gar nicht in dessen Hitbox gelaufen. So, ich muss leider zugeben, dass ich die, ähm... Geht noch nicht gefunden habe. Ich habe jetzt ewig gesucht, da habe ich sie nicht gefunden. Aber ist mir im Prinzip auch egal. Ich habe heute gesagt, wir wollen ja nochmal ein paar Quests machen. Und dafür muss ich einmal ganz kurz nochmal schauen, wo das ist. Nach Wurmbald muss ich. Okay, alles klar. So, wir wollen heute auch mal ein paar Quests machen. Und, ähm... Ja, dann geht es wieder weiter zu irgendwelchen tollen Bonus-Boss-Gegnern und so. Und zwar ist die Sache, die... Wir gehen erst mal kurz übernachten, weil ich habe ja ein bisschen... Ja, ein bisschen viel Schaden bekommen als Team der Grotte. Also, ich hatte kaum mehr MP und so. Äh, der Boss war bei dieser Sir Sanguinos, wie er immer da hieß. Dieses... Rote Ritter 4. Du wißt ja wahrscheinlich, wer das war. Den haben wir auch schon mal besiegt. Sonst hätte ich den Kampf drin gelassen. Und, ähm... Ja, die Sache ist nämlich die. Wir müssen jetzt, äh... Ne Quest machen. Ne ganz normale Quest. Und das müsste... Oh Gott, wo ist die nochmal, die Quest? Wo gab es die nochmal? Moment. Wir haben die schon mal angenommen gehabt, aber dann wieder abgebrochen, weil die zu nervig war. Das war die, glaube ich, nicht. Aber ich muss die jetzt machen. Wo waren die nochmal? Ich bin grad... Doof. Moment. Ich hab eigentlich in Erinnerung gehabt, dass der Typ, wo die Quest ist, auf der Brücke hier steht. Oder wo es die Quest gibt, wie auch immer. Aber da hab ich mich scheinbar geirrt. Dann war jetzt entweder hier im Inn oder in dem... Lade. Du warst nur das mit dem Monsterzeug da. Mit dem Monster abdrücken, den wir schon mal gemacht haben, die Quest. Ich bin ja auch falsch. Wenn nicht, muss ich gleich mal genau nachgucken. Ich hab jetzt halt nur One Byte gelesen. Du warst auch keine Quest. Du warst nur dieser... Schuh-Typ. Äh, nicht nicht Schuh-Typ. Wie kann ich auch Schuh-WTF? Wie kann ich auch Schuh-WTF? Aber die Quest, die wir gleich machen, wo ich hab was mit Schuh zu tun. Aber das war auch der andere Monster-Typ. Okay, dann bin ich ja scheinbar... Falsch. Ähm. War die dann in... In der anderen Stadt? Ähm. Moment. Ich... Bin grad noch mal ein bisschen... Äh, ich hab nochmal kurz was geschaut, nachgeschaut. Oder ist die hier irgendwo? Weil da... Das ist halt... Hier ist halt Ost-Ost-Wurmwald. Ja. Auf der Seite steht Ost-Wurmwald. Aber... Ist das hier? Nee. Hier ist ja die Wurmheitsschlucht. Genau. Aber hier draußen stehen doch keine... Leute rum. Also wir haben die Quest doch definitiv schon mal angenommen gehabt, aber... Ja, ich... Oh, Mensch. Weil die da oben vielleicht bei den beiden Brunnen irgendwie... Wenn ja, muss ich da gleich mal kurz hinfliegen. Ich bin nämlich grad... Nicht mehr sicher. Ja, jedenfalls... Ähm... Das ist die eine Quest, wo man diese... Ich weiß nicht genau, was das für Schuhe waren. Irgendwelche Schuhe... Ähm... Die erbringen muss. Und die kann man entweder... Ich glaub, ganz schwer irgendwie alchemieren. Ich bin mir... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ob man die wirklich alchemieren kann. Oder man findet die durch Zufall halt in Grotten. Und ich hab die... Nach sehr viel Grinding in den Grotten gefunden. Und... Ja, geh weg, geh weg. Oh Gott, Hilfe. Das war knapp. Und... Ja, die findet man, soweit ich weiß, in Grotten, die höher als Stufe 60 sind vom Level her. Und in Rang A Drohnen. Und jetzt fragt ihr euch, was sind Rang A Drohnen? Das kann ich selbst nicht so genau erklären. Wie das mit den ganzen Drohnenrängen und so ist. Ich verlinke euch einen Artikel von einer wundervollen Seite namens X-Mail. Das ist eine Seite, wo man ganz viel zu Trang Quest 9 und auch anderen Spielen lesen kann. Und die haben da ganz viel... Ich hab sie auch schon mehrmals mehr als Player erwähnt, die Seite. Da gibt's halt ganz viel. Da gibt's verschiedene... Ähm... Was tut das hier vielleicht? So, Moment. So, ja, 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 pala. Hm. Okay, nee. Das war... Okay, nein, das ist die Quest nicht. Definitiv nicht. Das ist die 60. Nee. Ich brauch die 59, bitte. Vielleicht war die oben der anderen Punkt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr genauer. Jedenfalls, jedenfalls. Was ich sagen wollte. Wie das mit den Kontenrängen ist? Wie gesagt, ich verlinke euch einen Artikel von X-Mail. Ist halt eine Seite, wo sehr viel zu Trang Quest 9 und auch anderen Spielen, wie gesagt, steht. Und ist sehr detailliert die Seite. Sehr gut. Könnt ihr definitiv benutzen. So du bist das aber schon. Oder? Oh, okay. Oh, schön, euch zu treffen. Was bringt euch an diesen Ort wie diesen? An einen Ort wie diesen? Ist wohl Schicksal, was? Ich bin Chantal. Ich war früher Tänzerin in Wasaba. Hab's aber aufgegeben. Ist gar nicht so schön, ein Star zu sein. Jetzt konzentriere ich mich voll und ganz aufs Laufen. Ja, das ist die Qualität mit tief. Ich wünsche euch wieder so schnell wie ein Metallschleim. Ich bin hier oben, um zu trainieren. Aber ich, Dummerchen, habe nur Schuhe mit Absätzen dabei. Hehe. Hm, könnt ihr mir vielleicht bessere Schuhe bringen? Schuhe, mit denen ich so schnell werde wie ein Metallschleim. So, genau. Ähm. Das ist die auch. Vielleicht das Fräulein. Ihr werdet es tun? Oh, das ist wunderbar. Bla, bla, bla. Okay. Sie macht den Übungen. Jetzt müssen wir ihr diese Schuhe geben. Das sind, glaube ich, irgendwelche Metallschleimschuhe heißen die. So. Äh, genau. Metallschleimschuhe, bitteschön. Einfach Metallschleimschuhe. Tausend Dank, meines Süßen. Dann schauen wir gleich, ob sie passen, ja? Oh, liebe Güte. Da kriege ich jetzt ein, ja, für mich an den Füßen. Dann wird man gleich lossausen. Juhu. Jetzt bin ich von der Wand. Oder auch nicht. Toll, ich bin wirklich so schnell wie ein Metallschleim. Supi. Ja, jetzt wird es auch wie so Metallschleimschleimschuhe. Immer so schnell sein, weil sie sich diese Schuhe anhaben. Wahrscheinlich. Letztes Mal, als ich das Tanzlokale erleichtern wollte. Als letztes Mal, als ich das Tanzlokale erleichtern wollte, haben sie mich erwischt, weil ich meinen Hohn, manchmal der Hohen Absätze getragen habe. Aber das ist jetzt vorbei. Jetzt wird mich keiner mehr einholen. Chantal, die charmante Einbrecherin ist wieder da. Die ist eine Einbrecherin, alles klar. WTF. Ich kann es nicht. Bei Anblick eurer Allicht und Hautarbeit in Haut bringe ich meine Raubzüge nicht mehr über das Herz. Aber ich habe euch aber schönes versprochen. Und ich habe mein Wort noch nie gebrochen. Hier, bitteschön. So, und die Venus-Träne. Hä? Die brauchen wir jetzt für eine andere Quest. Die Venus-Träne gibt es entweder bei dieser Quest hier, oder die kann man sich in diesem Online-Shop kaufen, in Dragon Quest 9 früher man hatte, wenn sie mal da angeboten wird. Aber den gibt es ja nicht mehr. Deswegen kam für mich nur diese Möglichkeit hier in Frage. Und ja, ist halt doof, aber ist halt nur so möglich. Und das ist voll doof. Aber egal. Gut. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz, wo die andere Quest ist. So. Inside the Cave at the Lonely Coast. Das ist jetzt... Das habe ich jetzt im Dragon Quest-Wiki nachgeschaut, wo das war. Aber ja, ich weiß wieder... Oder weiß ich wieder, wo das war? Also, ich... Die Quest haben wir auch schon mal uns angeguckt. Die haben wir nicht angenommen. Also, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Und das ist der Cave at the Lonely Coast. Ähm... War das hier unten in irgendeine Höhle? War das die da? Ich bin mir gerade nicht sicher, wo die Lonely Coast... Also, die die einzelne Küste nochmal war. Äh... Ist das hier die einzelne Küste? Nee, das ist der Tartaranschweif gewesen. Genau. Aber hier drin war auch irgendwelche Quests, oder? Ja, das waren ja die Slade-Quests, genau. Ja, von der haben wir auch schon eine gemacht, wo wir auch eine Karte bekommen haben, glaube ich, dass das so war. Jedenfalls haben wir hier auch mal eine Quest gemacht gehabt. Was auch immer. Das war auch auf dem Samtnel drauf, die Quest. Müsste Part 155 gewesen sein, sogar. Also, gar nicht mal so lange her. Aber mir kommt es halt ewig vor, weil ich ja nicht unbedingt viele Parts in letzter Zeit gemacht habe von dem Spiel. So, Moment. Ah, so, Moment. Moment, Moment. Wollt ihr denn Teufel? Also, ich weiß... Ah, stimmt, das war drüben. Die Höhle drüben, stimmt. Ja, jetzt hört es wieder ein bei Blümlingen, die Höhle. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, ich habe es ja voll vergessen. Aber ja, stimmt, jetzt, wo ich drüben denke, ja, hier drüben war das. Hier drüben war das hier bei dieser Höhle. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt rein und nehmen die Quest an. Wie gesagt, die wollten wir auch schon mal. Ja, hier in seiner Küste, genau. Die wollten wir schon mal, oder die haben wir uns schon angeguckt, aber halt nicht gemacht. Bei diesem Schaf hier, so. Mäh, 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 mäh. Ja, das nehmen wir auch an. So, genau. Mäh, lani hieß die halt wirklich. Oh Gott, ey. So, und jetzt müssen wir der guten Mäh, lani was geben. Und dann gibt es uns eine wundervolle neue Schatzkarte. Mäh, mäh, mäh. So, genau, die Venus-Trainer. Und die müssen wir jetzt geben. Mäh, 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 mäh. Trainer Dankbarkeit. Mäh, 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 mäh. Alles klar. Sieht eine Schatzkarte aus. Ja, natürlich. Ist hier natürlich eine Schatzkarte, die hier zerknittert rumliegt. Das ist Nocturnus-Karte. So, und ich würde auch sagen, wir haben heute noch Zeit. Die machen wir auch direkt. Den gehen wir direkt mal an, den guten Nocturnus. Hade ich zwar nicht vor, aber ob wir jetzt hier die Zeit dafür haben. Dann machen wir das direkt mal. Hier war ja auch der eine Händler, der die Konokristallisch-Eitem, glaube ich, verkauft hat. Moment, ich will noch kurz gucken genau. Ja, okay. So, 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 so. Die Sache ist nicht, die ich weiß gerade gar nicht genau, wo die Nocturnus-Karte ist. Ist ja auch immer anders logischerweise. Deswegen schauen wir einfach mal ganz kurz. So, und das sagt mir absolut nichts. Deswegen, kurzer Karte, ich schaue mal schnell nach, wo das ist. So, Nocturnus-Schatzkarte befindet sich ungefähr hier irgendwo. Und, äh, ja, ich würde sagen, let's go. So, Nocturnus ist auf jeden Fall ziemlich stark, das weiß ich. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, ähm, wer er so wirklich ist. Ich weiß nur, er kommt aus Dragon Quest 7. Äh, äh, 6, sorry, 6 meine ich, Dragon Quest 6. Aber ich habe nicht unbedingt eine Ahnung, wer er eigentlich ist. Erstmal seinen Text vorlesen. Wer wagt es mich zu stören? Ich bin Nocturnus, Fürst des Vergessens, Bringer des Todes. Niemand beherrscht mich. Ich habe keinen Meister. Ich folge niemandem außer mir selbst. Ich möchte nur, dass alle ins Friedliche nicht zurückkehren. Kommt, ich gewähre euch die Gabe des ewigen Schlafes. Ja, das ist Nocturnus. Kommt ja auch vom Namen her so, Schlaf, Nocturnus, das habe ich mir auch herleiten können. Und, ja, ich bin mal gespannt, wie der Kampf jetzt hier verläuft. Ich weiß nur, dass er scheiße stark ist, einen scheiß Ohrenangriff hat. Und mehr als 8000 Lebenspunkte hat. Also, das wird ein spannender Kampf auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ich daran. Nice. Okay, er fängt mein Schmuggel an. Ja, das würde jetzt nicht allzu viel abziehen, weil... Ja, war ja eigentlich eine relativ hohe Zauberwärts, würde ich sagen. Aber vergiss es, vergiss es. Forget it. Das wird so nix. Heilige Scheiße. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Also, wir haben jetzt erstmal hier unser Anfang schön gesteigert. Das ist wichtig, denn sonst sind wir gleich tot. Und Konzentration natürlich steigern. Das ist auch ganz wichtig. So, 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 so. Dann gehst du jetzt immer auf Multiheilung. Die ganze Zeit. Und du versuchst irgendwie, das wieder zu schwächen, weil es ehrlich gebufft hat. Ah, das ist doof. Der ist echt doof. Ja, er geht halt immer hoch. Was ist denn los mit dir? Du hast doch schon kaum, äh, äh, schon mega viel Abwehr. Und du hast ihn noch höher, ja? Ist das, ist das ein Ernst? Ist das ein Ernst noch, Turnus? Gut, okay. Wenn du das so willst, ich kann auch versuchen, irgendwie hat er Geschütze aufzufahren. Irgendwie. Ich hab ja jetzt schon mal die 100. Guck mal, krass, oder? Richtig krass. Beste. So. Aber da er sich jetzt gebufft hat, werde ich wahrscheinlich keinen Schaden machen. Gefühlt. Okay, Helm, Spalter, Falkenhieb. Du gehst auf Multi-Heilung, auch wenn niemand Schaden hat, trotzdem wird er angreifen und dann ist die Multi-Heilung schon mal da. Und du machst erstmal die Energie-Schub auf Benny, weil... Guck mal, da muss ich zum Beispiel nicht haben. Weil er hat halt vor mir Tram. So. Uh, uncool. Da lohnt es mir nicht mal die Multi-Heilung. Du hast einen Energie-Schub auf Benny, weil er halt da schon mal so ein bisschen den Angriff gestärkt bekommt, neben der Konzentration. So, Helm, Spalter. Ein Punkt. Ja! Okay, hab sie wieder gesenkt. Jetzt ist es immer noch erhöht, aber ich hab sie wenigstens schon mal runtergesenkt. Das ist ziemlich praktisch. Holy shit, es geht hier echt spannend zu gerade. Die Musik ist so geil, ich liebe es. Oh, wie viel Schaden mache ich jetzt? Ja, das ist schon mehr als ich dachte. Das ist definitiv einiges mehr als ich dachte. Ziemlich gut, ziemlich gut auf jeden Fall. Aufputscher. Und Konzentration. Ja, Multi-Heilung weiterhin. Und du... Ich glaube, ich geh auf Schmorgel. Versuche jetzt nicht... Ich versuche einfach nicht, das noch zu senken. Ich geh auf Schmorgel. 419 ist ordentlich. Ja, das ist ja stärkst wieder. Was ein Pisser und das kann einschläfern. Ja. Das kennen wir ja den einschläfern. Das hat er keinen Schaden der Runde gemacht. Die Wunderung ist jetzt voll mit Heilung verschwendet hier. Ich hätte voll den Schaden machen können mit... Was auch immer. Aber egal. Ist mir lieber, als dass ich voll den Schaden aber nichts dagegen machen kann. Also voll den Schaden habe ich so oder so. Hahaha. So, konzentrieren. Äh, Quatsch. Weiterhin, Multi-Heilung. Du gehst auf die Schwächung diesmal und versuchst sie noch mit mir zu schwächen. Dankeschön. So, vielleicht wache ich jetzt mal auf davon hier. Nein. Oh, das können die töten. Und jetzt ist die Multi-Heilung gut, weil er jetzt halt geheilt wird und in der nächsten Runde halt geschützt ist da so ein bisschen vor Schaden. Logisch, weil, in der nächsten Runde wäre halt bei, egal was er macht, so hat er gestorben mit 22 kp. Deswegen ist das hier eigentlich ziemlich gut gerade. So. Wir erstellen die Konzentration bei der kurzen Cut. Ich musste gerade mal ganz kurz weg und jetzt bin ich wieder da. Ich habe keinen Plan mehr, was ich eigentlich gemacht habe gerade. Aber, ja, ich kriege ja schon irgendwie hin. Multi-Heilung wieder. Geh lieber auf Schmore. Ich habe ja jetzt schon ein Jahr wieder geschwächt. Oder ich glaube, ja. Ich greife auch gleich schon mit Konzentration 50 an. Ah. Dankeschön. Das ist jetzt nicht gemacht, Pisser. Ich greife gleich schon mit Konzentration. Dankeschön. 50 an, würde ich sagen. Wobei er könnte jetzt auf die 100 pushen. Aber, nee, ich mache mit ihm nochmal Helmspatter. Das ist eventuell was senkt. Eventuell. Er scheint ja relativ anfällig auf Verschwächung zu sein. Scheint. Ich weiß nicht, ob es wirklich ist. Aber es scheint zu sein, als ob er anfällig darauf ist. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob dazu was hier steht. So. Anfällig für Licht steht hier. Erhöhte Resistenz. Abwehr runter ist eine Resistenz von... Ja, also eine erhöhte Resistenz. Und unwirksames Blind, Schlaf, Tod, Verwirrung, Edge, Stopp, Gift und Leben. Okay. Alles klar. So, dann, ja, weiter geht's. Also, du machst jetzt den Helmspalter. Du gehst auf Falkenhieb. Du gehst voll auf Heidung mal wieder. Und du gehst jetzt voll auf Schwächung. Dass ich dich eventuell schwäche, du Mistphi. Nein! Du Pisser! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Jetzt geht die Abwehrkraft dann langsam wieder runter. Alles ist schrecklich! Nein! Und das ist auch jetzt weg! Oh, fuck! Alles geht in den Bach runter. Aber sehr hart. Oh, boy! Alles geht richtig in den Bach runter. Gerade. Ja, das ist mir... Das ist mir... Okus, okus, weg. Auch nee! Also, ich kann es jetzt mal mit mir machen. Ich weine. Ich weine gerade. Innerlich. Also, heißt wirklich. Ich weine wirklich richtig hart. Gerade. Oh, shit. Alles läuft richtig schief. Aber deine Abwehr normalisiert sich auch... Natürlich! Geil! Jetzt! Wo ich keine Erdbewerbe mehr habe, macht er den Scheiß. Unfassbar. Einfach nur unfair. Ich wusste, dass er das kann. Jetzt macht er das natürlich. Genau jetzt. Genau jetzt natürlich. Wo ich es nicht gebrauchen kann. Ey, du bist so ein Mist. Wie weißt du das eigentlich? Ich hoffe, du erleidest irgendwelche tierischen Schreibungen. Schrecklichen Schäden, du dummes Kackding. Das ist doch nicht wahr. Oh Gott! Oh Gott! Ich habe auch Glück. Ich habe auch heftig Glück. Alter! Gut, verdammt nochmal. Ist mir doch egal. Holy. Holy moly. Ey, was passiert denn hier? Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Ja, okay. Ja, aber er war auch zornig. Das habe ich jetzt voll ausgeblendet gerade. Ja, dann müsste ich ihn jetzt irgendwie in der nächsten Runde besiegen. Oder Kev wieder beleben. Ansonsten habe ich ein riesiges Problem. Fuck, 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 fuck. Alles geht schief. Ich kann da ein Schmuggel rein, du Mistding. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist schon er. Komm, bitte lebe, bitte lebe, bitte lebe. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir uns dann schon so ungefähr 7.000 Schaden, würde ich spontan schätzen. Das heißt, ich haue einfach, ich haue einfach so hart drauf. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist einfach schwer dazu gemacht. Das wollte ich auf Marvin machen, weil genau er wütend ist. Okay. Das heißt, ich kann voll heilen. Ist alle, okay. Es läuft gerade richtig gut im Prinzip. Aber ich will da Falkenlieb nicht allzu viel machen, wegen der Stärk. Aber egal. Ist voll okay. Ist voll okay. Ich will jetzt halt nur noch einmal schnell Falkenlieb machen, um irgendwie Schaden zu machen. Okay, ist alles voll okay. Alles ist voll okay. Wir sind noch in the game. BAM! Und haben das Game geschafft. Nice. So, das war doch richtig gut, oder? Und, äh, ja. Wenn ihr mehr spannende Kämpfe sehen wollt, dann schaut doch im nächsten Part wieder vorbei. Dann geht's weiter. Und wir werden da wahrscheinlich gegen wen denn kämpfen? Keine Ahnung. Ähm, wir müssen erst mal neue Karten holen. Das heißt, im nächsten Part wird es wahrscheinlich wieder ein paar Missionen oder sowas geben. Keine Ahnung. Ja, schaut ihr jedenfalls vorbei. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das war's für heute. Gott, das war, das war nervenaufreibend. Bis zum nächsten Mal.